Willkommen, mein Name ist Karin Pittel und ich und meine Kollegin Sabine Schlacke stellen Ihnen im folgenden das Gutachten Landwende im Anthropozän des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen vor. Aktuell beobachten wir global drei große Krisen, die Klimakrise, die Ernährungskrise und die Biodiversitätskrise, die alle drei direkt im Zusammenhang mit der Landnutzung stehen. Wir bezeichnen dies auch als das Trilemma der Landnutzung. Die Hauptursache der Klimakrise ist zwar die Nutzung fossiler Energieträger, aber auch der heutige Umgang mit Land verursacht erhebliche Emissionen. Wir müssen unseren Umgang mit Land aber auch verändern, weil wir uns an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen müssen. Zusätzlich werden wir, wenn wir den Klimawandel auf deutlich unter zwei Grad oder sogar auf 1,5 Grad begrenzen wollen, kaum vermeiden können, aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Aber auch einige der dafür diskutierten Methoden sind sehr landintensiv, wie zum Beispiel Aufforstung oder BEX, das heißt also Bioenergie in Kombination mit Abscheidung und Einlagerung von CO2. Die zweite globale Krise, die wir beobachten, ist zwar weniger diskutiert, aber ebenso dringlich. Noch immer leiden knapp 700 Millionen Menschen Hunger und weitere 1,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicheren, nahrhaften und ausreichenden Lebensmitteln, zumindest keinen regelmäßigen Zugang. Gleichzeitig sind zwei Milliarden Menschen weltweit übergewichtig. Zudem geht die Produktion der Nahrungsmittel durch zum Beispiel Pestizideinsatz, Treibhausgasemissionen oder auch die Zerstörung von Ökosystemen massiv zu Lasten der Umwelt. Es werden derzeit zwar ausreichende Mengen an Nahrungsmitteln produziert, diese sind aber bei Weitem nicht allen zugänglich, vielfach ungesund und sie erzeugen hohe Umweltkosten. Der Druck, den das Ernährungssystem auf das Land ausübt, steigt dabei perspektivisch weiter an, da die Weltbevölkerung weiter ansteigt und viele Ernährungsstile hohe Flächenbedarfe haben. Die dritte Krise, die wir beobachten, ist der massive Rückgang der Biodiversität. Weltweit werden immer mehr naturbelassene Ökosysteme zerstört, um Platz für Äcker, für Weiden, aber auch für Bergbau, Industrie und Infrastruktur zu schaffen. Dazu kommen Umweltverschmutzung, Wilderei, Klimawandel und die Folge ist ein weltweites Massenaussterben von Arten. Mit diesem Verlust der Vielfalt von Genen, von Arten, von Ökosystemen gehen auch Beiträge und Leistungen der Natur für den Menschen verloren. Von der Stabilisierung des Klimas über die Bestäubung von Nutzpflanzen durch Insekten bis hin zur Bereitstellung und Reinigung von Wasser sind diese Ökosystemleistungen von unschätzbarem Wert. Um diese Biodiversitätskrise abzuwenden, muss die Zerstörung der Ökosysteme gestoppt und ihr Schutz und ihre Wiederherstellung gefördert werden. Auf den ersten Blick erscheint es dabei kaum möglich, alle drei Krisen dieses Trilemmas tatsächlich gleichzeitig zu überwinden. Der WBGU zeigt aber in seinem Gutachten, dass es durchaus Raum für Hoffnung auf eine Reduzierung der Landnutzungskonkurrenzen gibt und auch darauf, von der Konkurrenz hin zur Integration zu kommen. Wir schlagen dazu fünf exemplarische Mehrgewinnstrategien vor, mit denen die Erreichung mehrerer Ziele gleichzeitig verfolgt werden kann. Die erste Strategie, die Renaturierung, ist motiviert aus der Notwendigkeit, neue CO2-Senken zu schaffen, da die CO2-Emissionen global viel zu langsam sinken. Allerdings sind die natürlichen und auch die technischen Potenziale dieser Methoden zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre vielfach noch sehr unsicher. Einige dieser Methoden sind sehr landintensiv und bergen zudem das Risiko, dass eine Speicherung des CO2 nicht langfristig ist. Wir empfehlen daher, CO2-Senken nicht gleichwertig mit Emissionsminderungen zu behandeln, sondern explizit getrennte Zielsetzungen für Emissionsminderung und für CO2-Entfernung zu formulieren. In jedem Fall müssen die CO2-Emissionen rapide sinken, um den Bedarf für CO2-Entfernung möglichst gering zu halten. Dies erlaubt es dann auch, Renaturierung als Mehrgewinnstrategie ins Zentrum zu rücken. Die Renaturierung zielt darauf ab, Ökosystemleistungen wiederherzustellen, indem degradierte Flächen wieder in einen naturnäheren Zustand gebracht werden. Beispiele dafür sind standortgerechte Wiederaufforstung, die Wiedervernässung von Mooren oder eben auch die Renaturierung von Grasland-Ökosystemen. Renaturierung führt dazu, dass Boden und Vegetation vermehrt CO2 aufnehmen und dass Biodiversität wieder zunimmt, aber auch die Ernährungssicherung profitiert, weil Ökosystemleistungen, etwa die Bestäubung von Agrarflächen durch Insekten, verbessert werden. Ohne die zweite Strategie, die wir vorschlagen, also die Ausweitung und die Aufwertung von Schutzgebieten, kann wiederum die Biodiversitätskrise nicht gelöst werden. Gleichzeitig nützen Schutzgebiete auch dem Klima, da der Schutz von Ökosystemen nicht nur CO2-Emissionen vermeidet, sondern auch Schutzgebiete CO2 aus der Luft aufnehmen und speichern. Schließlich bieten Schutzgebiete auch einen Mehrwert für die Ernährungssicherung, da sie nicht nur genetische Ressourcen schützen, sondern auch mit nachhaltiger Landwirtschaft in Kulturlandschaften vereinbar sein können. Die Ausweitung der Schutzgebietssysteme auf 30 Prozent der globalen Landfläche wird weithin von Wissenschaft und von der Politik als sinnvolles Ziel gefordert. Dazu kommen muss allerdings auch eine Sicherung der Qualität der Schutzgebiete. Hierzu gibt es bereits etablierte, international vereinbarte Kriterien. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist dabei die Bewahrung der von indigenen Völkern und von lokalen Gemeinschaften bewohnten Ökosysteme, die insgesamt mehr als ein Viertel der Erdoberfläche ausmachen. Dabei kann mit vergleichsweise niedrigen Investitionen ein sehr hoher Mehrwert in gleich mehreren Dimensionen erzielt werden. Als dritte Mehrgewinnstrategie schlagen wir die Landwirtschaft vor. Dabei fokussieren wir primär auf die EU und auf Afrika südlich der Sahara. In beiden Regionen degradieren die Böden, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. In der EU primär durch zu hohe Einträge an Pestiziden und Düngemitteln, im südlichen Afrika durch zu geringe Dünnung. Zudem gibt es zeitgleich einen globalen Trend dazu, immer weniger Pflanzensorten anzubauen. Wir empfehlen daher, insgesamt auf eine Diversifizierung von Landwirtschaftssystemen zu setzen und die Flächen multifunktional und vielfältig zu nutzen. Dazu nur zwei Beispiele. Agroforstsysteme kombinieren Bäume mit Ackerbau und Tierhaltung. Ein zweites Beispiel die Agrofotovoltaik, bei der Äcker durch Solarpanel vor zu viel Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im Zentrum sollte allerdings in Industrieländern wie auch Entwicklungsländern stehen, ökologisch intensive Systeme zu schaffen, die sowohl zur Ernährungssicherung als auch zum Erhalt der Biodiversität und zum Klimaschutz beitragen. In diesem Sinne sollte dann die Agrarpolitik stärker mit Umwelt- und Klimapolitik verknüpft werden. Die vierte Strategie betrifft die Ernährungsstile, vor allen Dingen in Industrieländern. Im Zentrum sollten gleichermaßen die Gesundheit der Menschen und die Erhaltung der Ökosystemleistung entstehen. Der hohe Anteil tierischer Produkte in der Ernährung wirkt sich auf beide Dimensionen negativ aus. Pflanzenbasierte Nahrung dagegen benötigt weniger Fläche und kann so die Landflächen entlasten. An den Wertewandel, den wir bereits beobachten in Europa, hin zu einem verringerten Fleischkonsum, kann dabei direkt angeknüpft werden. Auch die kürzlich von der E-Lancet-Kommission vorgeschlagene Planetary Health Diet mit viel Gemüse und einem geringen Fleischanteil kann richtungsweisend sein und sollte entsprechend in Ernährungsleitlinien verankert werden. Öffentliche Kantinen sollten ihr Angebot ebenfalls an diesem Vorschlag orientieren. Gleichzeitig müssen aber die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Kosten von Umweltzerstörung sich auch in den Preisen von Nahrungsmitteln verstärkt widerspiegeln. Eine solche Transformation kann dann insgesamt einen erheblichen Beitrag in Richtung eines global nachhaltigen Ernährungssystems leisten. Die fünfte Strategie, die wir empfehlen, betrifft schließlich die verantwortungsbewusste Ausgestaltung der Bioökonomie, also die stoffliche und die energetische Nutzung von Biomasse. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass nicht beliebig viel Biomasse zur Verfügung steht und der Ernährung, dem Erhalt von Biodiversität und natürlichen Kohlenstoffspeichern Priorität eingeräumt werden muss. Die Bioökonomie sollte dabei insbesondere auf solche Anwendungen setzen, die Biomasse und damit den enthaltenen Kohlenstoff möglichst lange speichern. Ein gutes Beispiel dafür ist Baum mit Holz. Daher empfehlen wir der Bundesregierung auch, mit internationalen Partnern eine Mission nachhaltiges Bauen auszurufen, die gezielt nachhaltiges Bauen gegenüber konventionellem Bauen fördert und attraktiver macht. Es muss natürlich immer unter der Voraussetzung geschehen, dass auch die notwendige Holzproduktion nachhaltig gestaltet ist. Diese fünf gerade skizzierten Mehrgewinnstrategien sind entscheidend, um global zu einem nachhaltigen Umgang mit Land zu kommen. Ob die soeben vorgeschlagenen fünf Mehrgewinnstrategien auch umgesetzt werden und wie sie umgesetzt werden, hängt ganz entscheidend von den Akteuren ab und zugleich von dem Governance-Rahmen. Der WBGU schlägt deshalb ebenfalls fünf Strategien für die Gestaltung der Governance vor. Als erstes sollten aus WBGU-Perspektive gerade die Institutionen und auch Einzelpersonen gefördert werden, die als Pioniere des Wandels für eine globale Landnutzung stehen, kämpfen und sich einsetzen. Und diese Pioniere des Wandels sind quasi Vorreiter im Sinne einer nachhaltigen Landnutzungswende. Allerdings können diese Pioniere des Wandels nur dann auch wirklich wirksam werden, wenn der entsprechende Rahmen sie dafür befähigt. Diesen Rahmen setzen die Staaten. Und es sind die Staaten, die sozusagen die Macht haben über das globale Gemeingut Fläche und Boden. Es ist ihre Territorialgewalt, die sie ausüben. Und die muss natürlich so ausgeübt werden, dass auch eine nachhaltige Nutzung des Landes möglich ist. Und das können sie in unterschiedlicher Weise tun. Sie können zum einen Anreize setzen, also fördern, indem beispielsweise finanzielle Subventionen erteilt werden oder aber auch Zertifizierungen ermöglicht werden für Produkte, die aus einer nachhaltigen Landnutzung stammen. Aber aus unserer Überzeugung und nach unserer Analyse können wir auch sagen, es wird nicht nur mit Anreizen gehen und mit Förderungen, sondern es bedarf auch Geh- und Verboten und zwar Verbote einer nicht nachhaltigen Landnutzung. Drittens sollte die Europäische Union gerade im Rahmen des jetzt aufgesetzten European Green Deal eine Landwende zum einen gegenüber ihren Mitgliedstaaten und zum anderen gegenüber Drittstaaten vorantreiben. Das wird im Rahmen der der derzeit noch laufenden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, wohl nicht gelingen, die allerdings den Rahmen bis 2027 setzt. Aus unserer Sicht ist es deshalb umso erforderlicher, dass die Mitgliedstaaten ihren durch die GAP eröffneten Spielraum nutzen und diese wiederum in eine gemeinsame Ökosystempolitik transformieren auf ihrer mitgliedstaatlichen Ebene. Dazu lässt die GAP auch bis 2027 genügend Spielraum. Viertens empfiehlt der WBGU, dass die internationale Kooperation gestärkt und intensiviert wird. Dazu haben wir bereits gute Ansatzpunkte durch die sogenannten drei Rio-Konventionen erhalten. Das ist zum einen die Klimarahmenkonvention, das ist zum anderen die Biodiversitätskonvention und drittens die Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Allerdings sind diese Konventionen landorientiert doch eher sektoral ausgestaltet. Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, Verhinderung der Wüstenbildung nicht aber übergreifend und systemisch entwickeln sie eine nachhaltige Landwende. Insofern gilt es, diese Konventionen stärker miteinander zu verzahnen und das kann am besten geschehen durch eine gemeinsame Konferenz, die möglichst zeitnah durchgeführt wird, vielleicht schon 2022, könnte eingeladen werden zu einem sogenannten Global Land Summit und mit diesem Summit sollten zwei zentrale Ziele wiederum verfolgt werden. Zum einen sollte die degradierte Fläche renaturiert werden und zwar mindestens um 350 Millionen Hektar bis 2030 oder darüber sollte möglicherweise sogar hinausgegangen werden. Und zum zweiten sollte das Ziel verfolgt werden, dass die Schutzgebietssysteme auf 30 Prozent der Erdoberfläche erweitert werden. Das sind zwei ganz wesentliche Ziele, um im Sinne unserer Mehrgewinnstrategien hier eine nachhaltige Landwende zu befördern. Fünftens hat der WBGU etwas Neuartiges entwickelt und zwar eine multilaterale Kooperation in Form der Errichtung von sogenannten Kooperationsgemeinschaften. Zum einen wäre das denkbar und vorstellbar in Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Regionen, die sich zum Ziel setzen, eine gemeinsame etwa Renaturierung von Flächen vorzunehmen. Zum anderen kann man sich vorstellen, dass Staaten sich zusammenschließen, die willig sind, den gemeinsamen Weg in Richtung einer globalen Landwende zu gehen und auch Hoheitsbefugnisse auf eine höherrangige Stelle übertragen, sodass man hier von einer supranationalen Kooperationsgemeinschaft sprechen kann und der Handel innerhalb dieser Gemeinschaft gemeinsam nachhaltig organisiert wird, Produkte nachhaltig erzeugt werden und insofern eine sehr enge Kooperation vergleichbar der Europäischen Union gebildet wird. Und drittens könnten wir ein Modell uns vorstellen, das sich bewahrend für Flächen in Drittstaaten einsetzt, dass Staaten also die Bewahrung von Biodiversität und Klimaschützenden senken, etwa durch Erhaltung von Wäldern, fördert, unterstützt und damit auch gewährleistet. Bewahrungsgemeinschaften. Schließen möchte ich mit folgender zentraler Feststellung des WBGU. Nur wenn sich unser Umgang mit Land grundlegend und tiefgreifend ändert, wird es gelingen, die internationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Werden wir den dramatischen Artenrückgang, den wir derzeit erleben, aufhalten oder vielleicht gänzlich stoppen können? Und nur so werden wir unser Ernährungssystem nachhaltig gestalten können. Vielen Dank. Untertitelung des WBGU.